So und hallo und willkommen zu Dark Souls 2, Soul of the First Sin. Geschafft. Like a boss. Okay, und wir sind jetzt in der Niemandswerft. Genau. Deine Lieblingsstelle. Du musst mir sagen, wo ich die als Schlüssel finde. Ja, ja, das sag ich dir. Die ist ein bisschen doof versteckt. Die ist komplett, also jede Stelle, wo man sie kennt, kann man knicken, weil sie überall woanders ist. Da liegt einer übrigens neben dem Leuchtball, der stimmt nämlich auf. Ah, ich hab gedacht, der fällt runter. Ja, das dachte ich auch. Mich interessiert gerade, ob der die Facke mit dem Flammenfall treffen kann und die geht dann an. Schieß mal, schieß. Jetzt schießt der Assi nicht mehr. Ich weiß die. Und, 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 und. Der war vorher, glaube ich, auch nicht da. Einschlag. Die Waffe ist so krank. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir auf das Schwert wechseln sollen. Ich vergesse immer, dass wir das neue Schild haben. Ich denke immer noch, wir haben das Lederschild. Und, der Streitkopf hat man eine mega, äh, Haltbarkeit. Ja. Äh, der ist bis jetzt nichtmals annähernd in, in, in einen schlimmen Bereich gegangen. Einer ist noch hinter mir, oder? Ne. Und, der Spakko schießt hoch. Kiste. Jetzt Mimik. Also, die einzige Mimik, die ich bis jetzt gefunden habe, die hat mich sofort getötet. Ich habe die ganze Zeit nicht mehr dran, also, ich habe jede Kiste kontrolliert und da habe ich gedacht, boah, so eine Kiste kann keine Mimik drin sein. Habe einfach aufgemacht, habe Mimik drin. Habe mich aufgemampft. Alter, der Zweifel. Ach, scheiße. Habe mich aufgemacht, dass diese Waffe so krass stark ist. Willst du wieder einen Begleiter holen? Ja, komm. Bradley von der alten Garde, NPC. Nein! Wo kommt der denn her? Ernsthaft? Soll ich mich heilen? Nimm, Heilzauber. Ja, meine ich ja. Ja, mach wurscht. Ach, guck mal, der hat auch geheilt. Danke. Da kannst du runter. Da kommt aber noch. Da liegt noch einer. Ah, nee. Quatsch. Oh, große Seele. Ist immer gut. Aber wo kam jetzt der eine Typ rum? Ist der noch da unten irgendwo? Da hinten. Der kommt aber, glaube ich, nicht raus. Oh, da ist einer aufgestanden. Ja. Das ist zwar langsam, die Waffe, aber... Das ist meine Hände um mir... Oh, hier. Oh, okay. Hast du den hinteren anvisiert? Ich muss aufpassen. Ja, hier wird mit dem Schild gehalten. Regeneriert der nicht so die Ausdauer. Oh. Und jetzt hier rein? Mal gucken. Die Hose. Jetzt will ich das mal links gehen. Beide ich abfahren. Da ist auch einer drin. Ohhhh. Da muss ich weiter nicht in den Kopf gehen. Ach, shit. Warte, diese Fiecher, die sich explodieren oder so. Vorher war hier was am Ende. Ja. Sie sehen, das Wucht gemacht. Ja. Komm, komm ich mir... Ey, warte, halt dich mit. Wie geil ist das denn? Ich komm mir voll overpowered. Voll mit dem Streit geholpen. Total. So, jetzt geht's erstmal hoch. Jetzt links. Ich weiß, ob ich noch was... Köter. Oh, ein. Guck mal da links noch in der Ecke. Ich weiß nicht, ob da irgendwas liegt. Ne. Alles klar. Gehen wir erstmal da rein. Da ist Lukasien. Ja. Und da kannst du diese... Erstmal durchquatschen. Was kann ich hier? Äh, da hinten die Regale. Die kannst du kaputt schlagen. Dahinter ist glaube ich noch was. Okay, jetzt wiederholt sich alles. Also wenn ihr den Erfolg haben wollt für Lukasiel und die Klamotten. Mit immer ein besserer Schild. Okay. Äh, dann müsst ihr sie an jeder Position finden. Und halt drei Bosse mit ihr als Begleitung töten. Das ist einmal hier halt diese Dehnwache. Ähm, den Schmelzer-Dämon. Kann man mit ihr töten. Ich bin da erschrocken. Ich bin hier grad wen noch. Gar nichts drin. Sinnlos. Schmelzer-Dämon, Dehnwache. Zwei Bosse. Also insgesamt kann man vier Stück mit ihr bestreiten. Bevor man aber nur drei machen muss. Das kommt hier. Äh, ich überleg mal nach. Vielleicht fällt es mir noch ein. Ja. Ja. Oh, shit. Aufkommen zurück. Das ist weg. Schade, war gar nicht schlecht. Ja. Hätte mich nochmal heilen können. Das ist nix. Da wo kommen wir nicht. Sagen jetzt... Warum? Shit. Ah, Mann. Was dumme ist, wir können die jetzt drüben nicht so wirklich töten. Die waren aber auch nicht immer da. Am besten geh unten erstmal nach vorne. Ja, komm. Ja, aber dann hauen die... Ja, egal. Das ist ganz cool, wenn man das Pharoos da reinpackt. Ja, ist... Dann geht die Leuchte an. Och, das ist mir neu. Und das hab ich noch nie gesehen. Auf jeden Fall sind da... Da kommen ja später diese komiken... ...vierbeinigen Viecher. Und die hassen ja Licht. Ja. Dadurch ist alles geleuchtet. Wo kann man das nochmal reinstecken? Hier rechts um die Ecke. Aber ich würde erstmal gucken, heil dich am besten mit dem Nebenstein oder so. Das dumme ist, du hast natürlich jetzt auch die Arschlöcher über dir noch im Weg. Ja, ja, ja. Oh, pass auf. Das sind so komische... ...Hilfinger, glaube ich. Ach, scheiße. Ich kenn die auch einfach. Okay. Okay. Dann würde er einschießen und in den Feuer fallen. Hier wird schon viel, ey. Haha, sauber. Komm. Ja. Komm. Nein. Oh, pass auf. Shit. Komm her. Komm her. Okay. Das passt. Das passt. Das passt. Schön. Beste. Bam. Mit dem Großschwert fühlt das voll brutal. Der hat was gegroppt. Ein paar Räger, Rostum. Okay. Jetzt kurz jetzt mal das Häuschen. Was ist jetzt aber? Oh, hinter dir hat auch noch keiner. Oh, geschossen. Da sind ein paar viele. Oh Gott. Geh das mal raus. Geh das mal raus, oder? Oh, shit. Warte. Ach, shit. Scheiße. Ach. Yeah. Das war zu viel. Na, das war zu viel. Ja, das war zu viel. 4 zu 1 Ich wusste nicht, dass da so viele drin waren Ich habe auch nicht mit so vielen gerechnet Das waren wirklich ein bisschen krass viele So Nimm mal ein bisschen wieder Menschenbild Und dann holst du den Fuzi Wo kam der? Wo war der denn nochmal? Der war jetzt direkt da unten, glaube ich, irgendwo Ah, der war Ja, ich gehe erstmal, mache erstmal den Weg frei Der ist doch genau durch ihn durchgegangen Da lang muss der jetzt eigentlich gar nicht mehr da hoch Aber gut, ich weiß nicht, ob der Köther dem nachkommt Gibt ja so Asi-Gegner, die Ein bisschen mehr Schaden Dann würde der auch sofort tot Und ist mir nicht gefolgt, ne? Ne, der steht da noch Hier lag der irgendwo Ja, okay Da ist er Der eine steht direkt auf Das kann ich den Wenn ich jetzt gleich direkt rechts gehe Oh, bleib da Ja, könntest du jetzt auch Ja, dann könntest du das mit dem machen Wäre vielleicht besser Da haben wir Türangang? Ne Oh, ach ja, der könnte er Und da oben rechts Ja, genau So, jetzt genau Oh, da kommt einer Das ist traurig Scheint so, als müsste der eine bestimmte Anzahl an Gegner mit töten Ja, oder was ich über dich gehe Ja, genau Ja, das war Puppi Ja, dreimal muss er Der eine wirft so Öldinger und der andere Zurück Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh! Ah, oh Ah, ey, das ist nicht wahr. 5 zu 1. Boah. Unglaublich. Die Stelle hat dich ganz schön gebumst. Ziemlich. Alter, was stell ich. Vor allem, vorhin hast du es alleine geschafft, jetzt hast du es zu zweit geschafft. Wenn einmal so der Wurm drin ist. Ja, noch hast du so 10 Minuten, das wieder gut zu machen. Wollen wir mal gucken. Wollen wir noch mal zu schicken. Ach komm, jetzt lauf ich da wahrscheinlich noch runter. Wollen wir noch mal zu verwecken. Ah, ich habe was gesehen. Was ist denn da? Der hing da. Da hing einer. Drehe ich mal um. Genau der. Der hing so an der Kante. Ach, ey, ey, ey. Daher kam der auch letztes Mal, wo ich nicht wusste, warum der da war. Ja, jetzt schaffst du es. Was hat er hier überhaupt gemacht? Wenn ich gestorben bin. Gar nichts. Du musst zu sehr auf den verlassen. Ja. Lass dich auf sowas den Fuß verlassen. Das ist doch. Oh, da macht sie mir die Panik bereit. Der hat seine Waffe verzaubert. Das ist aber gar nicht so schade. Nee. Immer in den Halter rein. Das ist eher so der Supporter. Warte mal, der Schalter. Ja. Das Schild. Das Schild, womit man auch... Links ist der Hund. Womit man auch Wunder wirken kann. Da oben der eine noch. Und hier der Typ, der da drin... Äh. Ah. Für mich waren so Leute eher immer so Kanonenfutter, dass ich in Ruhe angreifen konnte. Also. Jetzt kommt schon, wenn der quietscht. So. Jetzt. Jetzt ficke ich euch alle. Jetzt. Wir rennen hin und direkt... Weg. Das ist doch der in Ruhe am Leben. Ich hab auch wieder so. Guck mich aus. Direkt, Freunde, da kann man das Pharoos reinfahren. Ja. Ah, da ist auch ein Bogenschütz. Hast du gesehen? Ja, von rechts. Wo ist denn der? Da ist der Bogenschütz. So. Und da ist auch das Pharoos. Geht's rein. Okay. Nein. Wow. Oh, ey, ja. Geh lieber weg da. Ja, will ich ja. Doch, bis ich nach links... Oh, wie der Haarschaf, ey. Wo kam der denn her? Haarschaf. Ist der Typ tot? Nee. Zeig es noch da. Nein! Heim ich mal. Brauchen wir aber was für dein Geld. Ja. Mach den Platz. Dankeschön, Oli. So, Licht ist an. Fuck, Alter, es gibt so diese Truppe. Ja, ja. Jetzt verschwindest du. Jetzt muss grad spannend sein. Ah, der eine sitzt noch am Tisch, okay. Jetzt hast du es geschafft. Du hast es geschafft. Aber wie viel jetzt auch gedroppt wird, ne? Der Helm ist schon praktisch. Mimic. Irgendwann ist das wahr. Vorsicht, pack dich. Da kommt jetzt ein Banditen-Set. So, ich... Ich werde jetzt mal ordentlich. Ähm. Was denn? Ich hab... Ich hab's gerade noch gedacht. Tja. Da unten da einer. Mimic. 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 Ich hab's gerade noch weiter. Schnell. Da rechts. Äh. Da. Ist der... Der ist glaub ich runtergefallen von oben. So. So. Hast deswegen gescheitiert. Lukazia ist weg. Das ist gut. Das ist noch ein Költer. Das ist nix. Da ist der Költer. Was war mit der 2 aus? Ja das hatte ich vorhin auch schon. Schlecht getroffen oder so. Keine Ahnung. Schräg. Schräg getroffen. Streit. Ist der Fall. Weiter. Guck mal nach rechts. Ne da ist nix durch. Da wär vielleicht irgendwas drin. Wo kommt der denn her? Wahrscheinlich. So die ist weg. Und dann nach rechts. Und da ist Gavlan drin, glaube ich. Wo? Da vorne im Gebäude oben stand der glaube ich. Ich weiß nicht ob der jetzt bei der Version auch da steht. will erst mal den boben schützen hallo trost wie erst mal zurück zurück? ja obwohl erst mal das schiff naja deswegen hier lang wir haben's noch hoch zwei stücken da geht's sehr gut reisen fallen immer gerne mit genau so Hebel ziehen aber wir haben jetzt die Intelligenz haben wir die Intelligenz haben wir jetzt will ich aber noch kurz zurück gehen weil da ist noch so ein großer Raum wo halt hoffentlich Gervland drin ist da meinst wo die ganzen Viecher drin sind ja genau nicht meine Lieblingsstelle da ist auch noch was da kommt das Schiff übrigens angefahren sieht man gerade ganz cool exklusive Wucht das ist von ernsthaft was ist das was ist das ne Pass auf die große Verwütungsschaden und weg oh was ich dachte die haben Angst ja aber ich glaube wenn die Wüten sind ist ihnen das egal ich dachte ich dachte die hätten immer Angst ich glaube nur wenn wir die Angst jetzt lauf erstmal ein Stück weg ähm achso hier ist die Treppe jetzt guck jetzt jetzt ist es wieder hohohohoho war aber wieder haarscharf ne ja dich dich hab ich sehr schön chong da auch das doofe ist ja dass sie echt diesen Mietenschaden macht und zwar egal wodurch breitschwert ja hier ist noch einer hinter auch wenn ich die Tür durchhau'n immer ja ich glaub die konnten ja ich glaub die waren zu breit für die Tür und haben dann die ganze Wand eingeschlagen ist das nur eine? ja sieht so aus ja komm aber ich hätte auch nicht gedacht dass hier drei sind ich hab eigentlich gedacht die wären maximal zwei oh da ist der zweite ja jetzt so ein Blitzsperr ne wär natürlich geil oder so ein Seelenpfeil oder so ein bisschen reinballern nein ich dachte ich hätte ihn hau doch oooh ich geh jetzt mal ein bisschen weg ja ja sonst die Blutung wieder ein bisschen runter geht viel zu spannend für mein Herz hier bei Herz in der Energie sitzt wie ein Darksar als ich sterb wollte schon wieder wie er hier bei Herzinfarkt von Gaines Mann Kofer Herzinfarkt Kherz ... in der Welt noch nicht ja die scheiß Blutung er ist tödlich dich dein, dein Hund und dann den Rest deiner Familie jetzt jetzt komm nein egal, hau drauf, hau drauf ja, ist down sehr schön da ist eigentlich noch einer? oben glaub ich oh! hau drauf den kriegst du komplett durch ja Alter 2,3 Energy Drinks und das ist einfach zu viel man kennt das schon und trotzdem sind wir noch SCURRY komm jetzt komm, perfekt Mann einer hat zu gut geklappt ich hoffe gar in den nächsten Raum ist nicht noch einer hier sind ja noch vor allem viele drin, ne? guck mal, sogar der Streitkolben gibt langsam den Geist auf stimmt, scheiße aber eins ist nur vor allem Gavlan ist nicht hier äh, hau mit dem Schild drauf auf das? ja das ist keine ne aber eins war doch hier definitiv ne Falle früher das ist schon mal keine Falle Großschwert, da ist es jetzt Achtung das ist ne Falle, weg 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 sehr schön pfff jetzt nicht nur gucken was in der Kiste drin ist achso, stimmt ja das Großschwert haben wir schon mal, super ich bleibe aber jetzt mit dem Schleitkolben, ne? ja ja klar, den können wir eh noch nicht tragen ja ja, stimmt wie gesagt 28 Stärke auch das Ding ok spring jetzt aufs Dach, ne? ja genau, kannst ja eigentlich runterrollen oh jetzt kommen auch Gegner, die neu sind die wirst du glaube ich nicht kennen oh nein hier, ne? ja und hier war sie doch irgendwann nochmal, ne? im normalen Dark Souls äh, 2 wenn du karts hier? oder wer? nein weg 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 ja, ich mein schon die kommen hier nicht hoch, oder? ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht ich hasse die ja, ich auch ach, die sind schon so wieder, also zwei Stück, ne? das ist schon assi, so auf so im Innenraum ich weiß gar nicht was sag ich die denn? wir dürfen ja beide gar nicht erwischen was sag ich die denn jetzt? ich komm nicht nach oben ähm, bitte drauf fallen? ja, ne NEIN! schade das wär zu gut gewesen jetzt kannst du eigentlich drauf schauen, hier haben wir nur so ne Zweier kommen voll daneben echt? hat's ungefühlt? ne, einen hab ich das ist jetzt weiter so ich leg dich oh oh ja, ich will weg hier ja, wollte ich gerade sagen, erstmal nach oben ja, dann kriegst du ja so platt ja, ja und krass hh oh, da ist noch hh 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 Oh, wir haben schon 15 Minuten. Ja. Ist hier nicht eine geheime Band oder so? Nee, war dann doch unten. Jetzt musst du aufpassen. Warte, warte, gehen wir zurück, zurück, zurück. Da ist er nämlich. Was machen die? Äh, ja. Nicht wieder aushalten. Sieht nur schnell. Schluckenstein. Schluckenstein. Ich meine, der Streitkolben macht es auch nicht mehr lange. Ja. Ich meine, zu uns haben wir ja Reparaturpulver in Mast. Hier war doch eine. Sehr gut. Sehr gut. Das war's. Aber ich glaube, da war auch keine volle. Nee, ich weiß auch gar nicht mehr, was da drinne war. Oh, sowas kann man immer gebrauchen. Boah, ja. Okay. Jetzt bist du schon bei der Abkürzung. Ja. Scheiße. Ja. Scheiße. 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 Da. Nutzen. Hier stand die doch immer, ne? Ah, das ist Gavlan. Ach Gott. Ich muss mich erschrocken. Gavlan. Wer ihr sein? Gavlan. Achso. Ja, sprech den erstmal durch. Gavlan. Sprech den erstmal durch. Du weißt, was ich meine. Ja. So. Ja, gut, da kamen wir viel. Was kann man eigentlich bei dem Kauf noch? Äh, Giftpfeile und sowas. Sehr geil. Alter, jetzt nicht so berorischend. Der lohnt sich nicht. Giftpfeile später. Richtig gut. So, aber, äh, verkaufen kannst du bei dem jetzt. Stimmt. Zwar den ganzen Bullshit, den wir eh nicht benutzen. Also ich verkaufe immer alles, was ich doppelt habe. Warte, mich beim Verkaufen, ja. Weil ich eigentlich gerne jede Waffe für einmal halt ab im Inventar. Da oben. Habe ich denn oben noch? Da, das braucht ein Schwert. Da links. Hier, da, das. Nein. Hast du Gott. Ja, hast du dreimal. Ähm, und unten das Schild, glaube ich, und ein Bogen. So, Rüstung. Da ist, glaube ich, nichts mehr. Da, oh, ja. Das dreimal, ne? Da, auch links der Helm. Über dir, der Helm. Ne? Links runter. Hä? Welche meint du? Ach da! Ich will ihn mal sehen. Das war's. Dann, äh, Bolzen verkaufe ich immer alle, weil ich eh nie an Armbrust benutze. Und jetzt kommt, äh, das Interessante. Ganz rechts da auf dem Flakon. Ne? Links, links. Ach so. Da verkaufe ich immer massig Zeug. Diese Münzen und so'n Scheiß. Die hier? Ja, Klos-Amulett. Wobei, die gehen noch. Ne, die Münzen. Die nervige Feuerbomben und so. Sind die denn noch mal? Rostige Münzen? Ja. Ja, hier, die Leute. Ding da. Talismaren kann weg. Ja, dass sie sich nicht heilen. Da links daneben. Eine Scherbe haben wir noch. Noch einen Stopp haben wir noch. Den brauchen wir auch. Das kommt weg. Die ganzen Feuerbomben können weg. Wurfmesser können weg. Da die Aug-Äpfel können alle weg. Ganz rechts unten der blaue Aug-Apfel und der rote Aug-Apfel. Guck mal, acht Stück. Jeder von gibt 500. Und die können auch weg, die roten. Na, das war's eigentlich. Jetzt kannst du da, glaube ich, den Hebel ziehen und... Jetzt ist der Weg schon mal vorbei. Oh, sollen wir den Cut machen? Ja, machen wir den Cut. Machen wir hier einen Cut. In der nächsten Folge geht's dann weiter wieder mit mir. Genau. Richtung Dehnwache. Und, ähm, Lukazi suchen. Jo, danke fürs Zusehen. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.